Okay, dieser Song heißt Titeln los. Ein ganz, ganz, ganz toller Oldschool-Klassiker, sozusagen. Yo, ich könnte jetzt sagen, dass Jota zurück ist, doch stund für Phrasen machen den Doktor nicht glücklich. Ich hab deine Mom auf dem Glückssitz und dich im Kofferraum, während wir das Rappen schleffelt mit Gesicht im High. Hallo Hip-Hop, ich bin jetzt da für dich und hol den gefeinerten schwarzen Arsch, für Phrasenstrich, pude die Nase, mit einem Hauch weißer Scheiße, ich brauch meine Träume alleine, ich brauch keine Freunde, ich bin der am meisten verbreitet, aber dem Fee dagegen und schon hin, denn nur noch Hämorrhägen, mein Liebesleben, ich will nach vielen Kieben auf einem guten Weg, nach meinem Auftritt interessiert keine Sau mehr, auch du noch lebst. USA, Wu-Tang-Tape, mach dir lieber den Kopf auf dich, der nicht so zu bekämpft, denn ich bin unvorteilhafterweise der Lokführer und mach innerkorter Beikomfort Lyrik am Kopfkürzer. Ich bin in deinen Augen nicht außergewöhnlich, doch Bauern verstehen mich aufgrund des auch von Aussprache ähnlich. Ich betritt unter Applaus die Manege und pippe ins Volk, bitte die Hände nach oben, ja. Ich könnte jetzt sagen, dass Jota zurück ist, doch schon zu Phrasen machen, jedoch, wenn ich glücklich, ich hab deine Mann auf dem Rücksitz und dich im Kofferraum, während wir das schwersten Schwerfeld mit Gesicht nehmen. Ich könnte jetzt sagen, dass Jota zurück ist, doch schon zu Phrasen machen, jedoch, wenn ich glücklich, ich hab deine Mann auf dem Rücksitz. Leute denken, ich bin ein promovierter Pharmazeut, doch ich bin der verfluchte Kopf, beschwertes Arbeitsvolk, leider vermindert der South Park meine Kuh, doch glaub mir, wir verkaufen sich mit Kakao gestrecktes Fucht, tut es aus wie Eddie Jones, ein Ausnahmeidiot, das in Hausfarbe demonstreicht für den Ausländer begroben. Du bist drauf und dran, dass dein Haus hat sich besucht, währenddessen wünsche ich keiner lauter wacht dem Tod. Ich bringe Stress und weck kein Interesse bei Frauen, deswegen halte ich heißen, freckig und steck in den Baum. Dazu kommt, ich bin besser, gelangt mit Messer im Bauch und wer freck in die Crowd, bis die kleine Clique verkraut, aber ich bin ausschließlich, werde auf euch alle kein. Euer Rap beschäftigt wird mit Antipfeifen und Lipstick. Und während dieser Start nach und nach zugrunde geht, rümelst du auf du mit deinem A3 noch ne Runde. Ich könnte jetzt sagen:"Dass Jota zurück ist." Doch schon zu Frauen machen den Dokter nicht glücklich. Ich hab deine Mann auf dem Rücksitz und dich im Kofferraum her, während er das Waffen Schleife bildw acordesicht. Ich könnte jetzt sagen:" das Jota zurück ist." Doch schon zu Frauen machen ihn doch nicht glücklich. Ich hab deine Mann auf dem Rücksitz und ich im Kofferraum her, wenn er das Waffen Schleife bildw acordesicht. Stell doch mal Schau.